So Leute, mein erster Vlog, oh mein Gott. Ich fahr jetzt zum Flughafen, danach flieg ich nach Schweden, Schweden wird mit Mr. Savage gespielt und tschau. So, ich bin jetzt hier am Flughafen, ich hab's noch rechtzeitig geschafft, eigentlich war das komplett knapp. Aber ich hab's noch geschafft, easy, scheiß Vlog. So, ich bin jetzt gelandet, ich reiche Drecksler im Kürzeste. Du war decent, der Typ neben mir, der sich weggesetzt hat. Ich glaub, er dachte ich stink einfach oder so. War komplett nett. Ja, das war komplett geil eigentlich. Ja, ich hab mein Essen leider nicht bekommen, ich hab komplett Hunger. Dafür gehen wir zu McDonalds wahrscheinlich. Aber zuerst brauche ich eine Toilette und da sind die auch schon, oh mein Gott. Guckt euch das Schild an. Oh, ich bin auch am Vlogging, was ist das denn? Oha, Vlogger! Hier mein Schild, damit ich weiß wer da angekommen ist. iPhone Vlogger. Und noch ein anderer Vlogger. So, er ist kracht. Wir sind jetzt hier am Flughafen. Ich hab ein neues iPhone, guckt euch die 0,5 Kameraqualität, oh mein Gott. Hier haben wir Glubschi, Scheiß auf den, Drecksler, Schmutz. Ich kenn den Namen gar nicht mal und reason. Fick da. Ich mach jetzt den kompletten Vlog. Also, das ist die Truppe. Schaut's euch an. Drecksler. Mit nem iPhone. Mit nem iPhone, der hat's erkannt. Da vorne sind noch zwei Narren, das ist die ganze Truppe. Ich installiere mir jetzt League of Legends und League wird gegrindet. So, wir sind jetzt hier bei McDonalds. Ich geh jetzt essen und das ist Glubschi. Mein neuer Freund. So, wir sind jetzt hier bei McDonalds. Einfach eine Bestellung kostet 1000 Euro. Krass. So, Leute. Es kracht. Hier hab ich grippé. Wir sind jetzt hier bei McDonalds. Ich hab hier den Naxx bestellt. Nur für mich und das auch noch. Aber ich schalte noch ein bisschen mit Cärs. Kein Stress. Und es kracht. Wir sind jetzt hier. Yo, Leute. Wie ist ihr jetzt hier? Mit Rexler unterwegs. Hey. Schweden ist komplett krass. Mama ist grad hier am Akkad. Da hat komplett ne Glatze. Kenny. Luca. Luca. Alle hier. Und ciao. Hier ist ne Scheune, die ist grüßt, dass mein Opa. Wollte ich kurz anmerken. Und ciao. Guckt euch die Narren an. Wir gehen jetzt in unser Haus rein. Das ist komplett aus Holz, Digga. Wieso nicht Metall? Versteht ihr? Wegen Fortnite. Versteht ihr? Ja. So. Flaschen de Purion. Küche. Komplett Arsch. Werd ich eh nicht benutzen. Da tausend Gläsertisch. Ne. Wie ihr wisst. Ihr wisst bescheid. Kein Pool. Na ja. Geht besser. Ich schlaf hier unten. Weil ich der Hund bin von der Familie. Zack. Scheiße. Digga. Hier baden wir nachher. Ja. Wir sind beide im Blog. Verstehst du? Okay. Alter. Try not to Fortnite dance challenge. Fuck. Fuck. Nein. Oh mein Gott, Digga. Digga. Es ist im Boden einfach. Die sind so reich hier. Wir haben auch Nachbarn, Digga. Sowas gibt's. Digga. Ich werde hier oben so chillen. Es ist komplett sonnig. Die Sonne ist komplett crazy. Die View. Holy shit. Hier wieder 50 Betten auf Lockety Locklock. Digga. Guckt euch das mal an, Digga. Holy shit. Einmal ein Fortnite-Spieler sein. Holy shit, man. Digga. Was ein riesen Bildschirm. Holy shit. Habe ich schon Holy shit gesagt? Ich weiß gar nicht. Hier oben das Bad auch noch komplett. Oh mein Gott. Digga. Das ist Luxus, Digga. Holy shit. Die in Schweden sind einfach alle reich. Oh mein Gott. Das ist Dresdler's Tasche. Er hat sie geclaimed. Er denkt auch, er hat sie geclaimed. Ich glaube, ich nehme mal mit der Tasche und werde sie weg. Mach sie mal hier rein. Und hier ist das Kinderzimmer. Das ist halt crazy. Guck mal, da ist Glubschi. Oh mein Gott. Wir haben eine Terrasse. Wir haben komplett Heiko. Und hier guckst du mal an. Digga. Guckt euch die View an. Holy frog. Die Frog Frog. Das ist dann unser Vivax Van. Verstehst du? Wegen Van. Vivax haben wir verkauft. Verstehst du? Und Kinder. So. Der PC ist an. Fortnite wird gespielt. Aussicht anscheinend. Spaß. Ist ein Fernseher. Ich öffne jetzt mal hier eine Kiste. Oh mein Gott. Ein Hextechkey. Oh mein Gott. Nicht, dass ich jetzt hier was ziehe. Und Kassanten. Oh mein Gott. Das ist komplett Arsch. So. Abschließend zum Abend. Das ist mein Zimmer. Ich bin im Prinzessinnen Land. Auf Lok. Es wird jetzt dunkel. In Schweden wird es richtig spät. Dunkel ist gerade irgendwie in 1 Uhr oder so. Oder 0 Uhr. Und es ist jetzt dunkel. So. Hier ist mein Bett. Mein Setup ist noch drauf. Mach ich bald runter. Wir gehen aber jetzt noch, glaube ich, ein bisschen essen. Und dann gehe ich erst schlafen. Finde ich nochmal vielleicht zum Essen-Ding mit. Und ja. So. Wir gehen jetzt Meckes. Ich f*** nen Ziegenbock. So. Wir sind jetzt bei Max mit der ganzen Crew. So. Wir sind jetzt hier bei Max. So. Wir sind jetzt hier bei Max. So, Digga. Max ist komplett scheiße, Digga. Ich hab noch nie. Ich hab 83 Euro bezahlt für W****. Digga. Oh mein Gott. Der Smoothie war zwar geil. Das lass ich den. Aber alles andere. Aber auch nur der Peeps-Smoothie. Der Schokos-Smoothie? W****. Digga. So arsch, Digga. Wenn ihr Schweden seid, nicht zu diesen Max. Was ist das, Digga? F*** dich riesen. Aber die Frauen sehen alle komplett crazy aus, Digga. Wie kann man so schön sein in Schweden? Holy shit. Bald 30er Pink aber dafür. Wir haben auch keine Bitches. Let's go. Wir gehen jetzt ein bisschen Party machen. Woho. Der Mann wurde nämlich 18 Jahre alt. Alles mit 18. Danke, Bro. Oh mein Gott. Oh, Grip, hey. F*** dich. Ich hab ein F***ing Prinzessin im Zimmer. Wir waren noch am Strand bei Max, Digga. Alles war scheiße. Egal. Geht jetzt schlafen. Morgen G-Mack. Wir müssen ein Sandwich treffen, Digga. Geile Sau, Digga. Kurzes Setup auf den Boden legen. Dann ready. Duschen, zack, zack. Und lasst einen Like da. Abonniert den Kanal, um nicht mehr zu verpassen. Und... So Leute, wir gehen rein in Valorant. Guckt euch mal den Struggle von Control als Spieler. Die haben alle so einen kleinen F***. Hey, yo. So, das ist mein Setup. Da ist Lubschi. Da ist Drexler. Da ist Lubschi. Nja. So, Alex hat gerade eine Minute gefloggt, ohne dass er was aufgenommen hat. Er hat jetzt gepackt. Und jetzt? Geht's? Mit Dreamhack. Geil. Und? 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 Hast du Bock? Wann callst du dich heut, Bro? Wir packen jetzt die Sachen. Ich hab nen Donut. Drexler f***t seine Oma. Hey Leute. Was geht denn? Willkommen zu einem neuen Video auf Vardiales Kanal. Heute Vardial trifft sein Duo. Mr. Savage ist sehr nervös und hat einen Megacock. So, wir sind jetzt bei Dreamhack, Digga. Komplett Arsch, Junge. Warten hier für nichts. Da hinten ist Roy, Jinx und Caitlyn. Alles ist Arsch. Wir trocken drei Jahre hier. Es bockt gar nicht. Du sollst dich mal umhauen lassen von jemandem, Digga. Und das war's mit dem Video. Lass mal ein Like, abonniere Kanal und ein Taube. So, es ist alles Arsch hier, ne? Wie auch gewohnt. Ich hasse jeden, der mit mir rumläuft. Alles Knechte. Ich muss hier PCs tragen, obwohl es meine sind. Weil ich ein guter Freund bin, okay? Wir werden getrollt, Digga, vom Schalter. Die geben mir nicht, was ich haben will, Digga. Ich bock nicht. Mein Bart ist nicht rasiert. Ich bin Dick. Ich hab nen kleinen Penis. Alles ist scheiße, ja. So, alles fette Zocker hier. Deiner dahinten kriegt deine Haare geschnitten. Du hast nen Glatzköpfiger. So, das ist die ganze Halle. Ich hasse mein Leben. Hier werde ich aber nicht spielen. Da ist Drechsler. Ich werde ihn ficken. Zack, alles fette Zocker hier. Öl, alles komplett heiß. Sommer. Freust du dich? Ja, man, ich freu mich so sehr. Freust du dich? Seht ihr diesen Typen? Das ist fucking Geixern. Er ist breiter als mein Opa, Digga. Holy shit, Digga. Das ist nicht Geixern. Und da hinten ist das Motor. Einfach beide die gleiche Person. Das ist echt crazy. Beide muskulös, beide sexy. Beide würde ich gerne. So, ich habe ein Sandwich gefunden. Die wütige, äh, süstige... Oh, wie gewinnen den Scheiß einfach? Und now we find a Mara, yes, yes? I still don't see him. He's right there, man. He doesn't see you. Yes. Oh, my boy. What's up? Holy shit. My, my colleague, you know. My, it's my colleague. Was für colleague, Digga? Kollege ist, uh, Kollege. Ah, colleague. Holy shit, Viko. Es geht. Oh my god. Oh my god. Was gut, man? Oh. So. Von hier aus werde ich spielen. Hier ist Savage, da bin ich. Also ein paar Japanese, äh, Dings, Leute. Die kann kein Englisch. Perfekt. Das tut das ganze aus hier von mir, ne? Das ist krass. Dann haben wir noch hier so eine Chill Area auf Lock. PC. Sessel, Sessel, PC. Dann ist da, äh, Fiesel. Yes. Dann keine Ahnung, wer das hier ist. Testdach, Digga. Was zum Frog. Da ist ein Glatzkopf. Und da ist mein Daddy. Und da ist mein zweiter Daddy. Drexler, hat kein Penis. Und tschüss. So, wir sind ja an Dreamhack. Das ist Jerky. Er ist richtig scheiße. Und ich werde das in meinem Blasen. Ciao. Wie war es da mit ohne? Nee. Hier spielt er. Hier spiele ich. Zack. Gameplay wird gespiegelt hier oben. Da schauen wir vielleicht Leute dazu. Vielleicht auch nicht. Bis jetzt ist da keiner. Wir haben keine Fans. Ich habe gerade Alex geholfen, seinen Zettel aufzubauen. Alles gut, Alex? Ja, alles super. Hier Fortnite geht. Das kommt komplett ab. Damage ist auch ready. Boom, boom. Level 8. Full grinding. Let's go. So, Chat. Heat 1 war richtig scheiße. Jetzt Heat 2. Savage ist süß, hat mir seine Jacke gegeben. Einmal auf, äh, Savage ist süß oder so. Das passiert eigentlich eh besser, weil wir dann mehr Practice haben. Keine Ahnung, wie Savage sieht. Aber ich sehe das so. Morgen ist die Qual. Anko testet wahrscheinlich jeden Tag beim Juden dieses Game. So, ciao. So, Jungs. Keine Ahnung, wie ich das essen soll. Ich probiere mal bewegen. Aha, aha. Komplett gut. Wahnsinn. Dann das hier. Keine Ahnung, wie ich es essen soll. Es ist komplett juicy. 3er Paddy. Ich weiß nicht, warum. Ich muss darüber reden. Das ist sehr komplett juicy. No, just show it, just show it. No, you're gonna eat it. I can't eat it. Yeah, just eat it as well. How is it? GG, man. GG. So, ich kann nicht mehr. Viel zu viel essen. Ich habe noch 40 Kilo zugenommen. Es wird nichts, Jett. Irgendwann nehme ich ab, aber jetzt nicht. Wir essen jetzt noch hier. Ich chill meine Eier. Zu viel gegessen. Mein Bauch ist komplett voll. So, hier sind 5 Toiletten. Alle nebeneinander komplett klicken. Und wir gehen alle gleichzeitig scheißen. Ich, Riesen-Grip-Hey, Bluetooth und dieser kleine Mann hier. Ich muss jetzt. Tschüss. Und ich gehe jetzt scheißen. Ciao, Jett. So, ich war scheißen und laufen. Jetzt kann ich nicht mehr. Und das ist ein Auto. Und hier haben wir noch ein Auto. Hier ist ne Scheune. Okay, tschüss. So, meine Lieben. Es ist komplett Raps. Komplett teure Taxi. 408.000 Euro oder so. Keine Ahnung, wer bezahlen will. Wir machen Schnick-Schnuck oder so, Digga. Es ist vorbei. Wer zahlt das 565 Euro Taxi? Wir haben alle Karten hergegeben. Außer Draxler. Weil Draxler hat keine Karten. So. Habibi, you pick. Tarif. Aaaaaaah! Less! Yeah, Habibi, you're the less! Amar! Der Deckel, der Deckel. Und Tonne! Haha! Damn! So, es ist 5 Uhr morgens oder so. Keiner hat geschlafen. Morgen G-Mac. Alle müssen noch quollen. Aber wir spielen jetzt die Fußballer um 5 Uhr morgens. Let's go! Oh Mann! Glubschi! Nein! So, zweiter Tag jetzt hier von G-Mac. Ich muss heute quollen. Ich muss heute quollen. Glubschi, der Fettsack ist schon quollen. Der ist so dick. Ja. Jetzt muss ich der dünne nochmal quollen. So, Leute. Das ist der andere Eingang. Hier ist das Kopf. Und ja. Ciao! Wuuu! So, wir sind jetzt quollen. Dritte Heat von Plat Easy. Savage hat mein Brett gekostet. Der schaut euch an. Ja. Yes. Brett. Er spricht kein Deutsch. Deswegen kann ich euch noch sagen, was ich will. Wir essen jetzt hier wieder. Da ist Lil Mabu. Zack. Bye. So, Leute. Wir sind jetzt hier im privaten Raum. Wir sind komplett reich anscheinend. Komplett crazy. Ich habe den Coke. Alle haben den Coke. Außer hier der Manager hier, der hat ein bisschen Bier oder so. Ja. Wir sind cold. Und Lil Mabu. Hier ist mein Burger. Zack. Ein Patty, weil gestern war zu viel. Hier Pommes. Ketchup. Lil Mabu. Wow, wow. Guck mal. Hier Flixi. Wurde gebannt, ne? Und jetzt. Wegen Flixi. Wurde Flixi gebannt. Und jetzt ist der Typ, der aufpasst, dass er nicht Flixi bleibt. Der darf deswegen noch spielen. So. Hier ist irgendwo ein Cheater. Der wird jetzt behindert geschlagen. Und hier ist noch Anas. Mr Beast Winner. Say hello. Yes. Perfekt. Einfach alle hier, Digga. Ohne Sinn. Wie ein Cheater oder so. Let's go. Nichts gemacht den ganzen Tag. Außer nur gecallt. Und dann hatte ich eh keine Zeit mehr, irgendwas zu machen. Hab die ganze Zeit League of Legends gespielt. Und tschüss. So, Leute. Game Day. Es regnet. Ich hasse mein Leben. Es regnet komplett. Ich bin nackt. Und ich bin tot. So. Hier ist Lennart. Hi. Siehst du ja komplett gut aus. Ja, ich weiß. Und da ist Clubscheat. Der sieht noch besser aus. Juhu. So, wir sind jetzt in G-Mack angekommen. Es ist Game Day. Da hinten ist Polizei. Es geht komplett ab. Alle verprügeln sich hier gerade. Es ist alle so am Sturm. Ich weiß gar nicht, ob das zu dir spielen kann. Weil hier gerade so viel geballert ist. Oh mein Gott. Oh, mir ist langweilig. Ich glaube, ich bin viel scheiße. So. Wir spielen jetzt hier. Da ist Mr. Average. Und das war's auch eigentlich. Erste Game Mode restarted. Jetzt kann ich aber das Ding aufnehmen. Deswegen bis jetzt null Punkte. Nichts passiert. Ich halte dich auf dem Laufenden. Ja, es leckt alles. Halbzeit. Drei Runden gespielt. Wir sind gerade auf dem 10. Platz. Es bockt nicht, Digga. Unser Landing Spot ist so scheiße. Naughty Nets, Digga. Ich werd ihn finden. Die Insel spot immer 5.000 Meter von uns entfernt. Was soll ich machen, Digga? Wo braucht er die? Digga, wenn man Insel hat, man gewinnt das Game 100. Jedes Mal. Es ist zu einfach von da. Man, vier Slurps each, Digga. Es ist komplett gewonnen. Aber nein. Heute ohne Insel, Digga. Digga. So, Leute. Dreamexit Zöne. Ich wohne 7. Platz. Hier ist der Glatzkopf. Er denkt auch, er ist lustig. Hallo. 2.000 gemacht und 2.000 Minus. Das heißt 0.0. So. Nicht qual für Saudi. Wir sind scheiße. Juhu. So, Leute. Ich hab Cash Cup gespielt. Ich hab komplett gechockt. Zero Ping. Ich bin made by Zero Ping anscheinend. Jedes Mal durch 30er Ping gestorben. Egal passiert. Und da war mein Meeting-Greed. Ich sage, kein einziger Fan da. Let's go. Jetzt bin ich in Schweden und mach ein Meeting-Greed. Let's go. Jetzt gehen wir essen. Ich hol mir danach einen runter. Und danach geht's Aftershow-Party. Und ich geh mir ihn wieder runterholen. Essen. Luke. Die von Hansi. Ein Steak. Thomas ist fertig, bitch. Was ist gut, man? Du mein Vlog jetzt. Ja. Willkommen zu dem Video-Vlog. Subscribe, Like. Yes, man. All that shit. Thank you, appreciate it. Ma, man, ma, man. Didn't play Clash with me, though. Use Convent, Vichy. Use Convent, Vichy. Ja. Wir sind hier bei McDonalds. Mein Flug ist in sieben Stunden und ich bin jetzt schon am Flughafen. Ich hatte sowas noch nie. Auch nicht, sehr gerne. Wir bestellen uns hier bei McDonalds mit dem Reh und dem Reh. Wir müssen sieben Stunden jetzt warten, wir fliegen alle nach Frankfurt. Mein Bart ist komplett gewachsen. Ist ja auch so. Und wir bestellen jetzt hier bei McDonalds. Chat, schreibt mal in die Kommentare. Was esst ihr gerne bei McDonalds? So, wir sind jetzt hier am Essen. Kennt ihr ja, ne? Hier ist Pommes, Burger, Luke, Burger, Drexler, Burger, Pommes, Burger, Chicken Nuggets, Burger. Was hast du gerne bei McDonalds, Alex? Alles. Alles? Ja. Okay. Gut. Es ist jetzt 12.03 Uhr. Unser Flug ist um 18.50 Uhr. So. Und wir sind jetzt hier schon am Flughafen und können uns so, ah ja, chillt. Und wir sind wie wir Homeless Kids. Einfach jetzt hier in diesem Truck. Und das Lustige ist, in einer Stunde haben wir den Truck gar nicht mehr. Wir haben uns jetzt ein Hotel für 120 Euro gekauft. Unser Flug geht in 19.10 Uhr. Ist das gerade 13 Uhr oder so? Ja. Keine Woche auf meinem Leben. Jetzt scheißen. Ciao. So. Das ist das Hotelzimmer für 120 Euro für vier Stunden. Let's go. Aber eigentlich voll nice. Es hat vier Betten einfach. Das heißt, bei dem G.A. gibt es genau das gleiche Hotel. Wenn das auch vier Betten hat, ist es viel günstiger als so ein Airbnb. Das war jetzt meine Meinung. So. Ciao. Da ist Julia. Da ist Luke. Wir sind komplett. Haben wir die vier Stunden geschlafen oder so hier gerade. Und gleich geht's auch zum Flughafen. Ich freue mich nicht. Und tschüss. Wir sind jetzt so in irgendeinem Business Lounge hier oder so. Keine Ahnung. Hier gibt's auf jeden Fall All You Can Eat. Und mit All You Can Eat meine ich ein Meal. Kannst du essen? Auf Lok. Und hier ist ein scheiß Kuh. Yes. So. Da ist der Flughafen. Wir dann einfach hier und jetzt müssen wir da kommen. Let's go. Deadside rotation. Zack. Welcome to the airport. Frankfurt. Jetzt geht's über so eine Autobahn oder so fahren wir jetzt oder so. Keine Ahnung. So. Kleiner Sleeppeak von meinem Tesla. Fähne ist ja abgeholt. Zack. Fähne ist ja abgeholt.